Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zu Myself. Zockt heute Civ5 mit einem schattischen Empire und ich will gar keine grosse Zeit verlieren und dort weiterzocken, wo ich als letztes aufgehört habe. Das war nämlich bei der Entdeckung von Archäologie. So mehr oder weniger. Es dauert noch 7 Runden. Aber ja, wir haben ja Liverpool eingenommen und Frieden gemacht und Charles Darwin... Ah, genau, Charles Darwin, völlig untypisch, macht mir jetzt die Archäologie klar. Ich habe eigentlich gar nicht so fest gelogen, in dem Fall, als ich das gesagt habe, dass das mit der Archäologie kommt. So, wir gehen hier wieder Richtung London zum Missionieren. Weil ich habe, glaube ich, im Kopf genau, dass da noch einer ist, der hier rüberkommt. Und da oben hat es doch auch mal noch einen gehabt. Ja, nicht. Ist das in einem früheren Game gewesen? Oder in einer früheren Runde? Das kann auch sein. So genau weiss ich das nicht oder nicht mehr. Egal. Es gibt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele Sachen zu entdecken. Und wir rüsten uns wieder auf. Für die nächste Attacke gegen Elisabeth. Und da hat es irgendwie alter Thunstetten gegeben. En masse. Ich weiss gar nicht, ob mich die alle interessieren. Oh, den habe ich nicht wegdrücken. Ja, Pech. Der ist halt weggekommen. Ähm. Dungelaufen. Du kommst hier rüber. Und du gehst hier runter und tust hier ein bisschen Missionieren. Und dann kommst du. Ja, kommst hier mal hin. Und das Panzerschiff kommt mal hier hin. Und Kai Lun. Warte der Runde. Du solltest theoretisch hier unten. Oh, da hat es Aluminium. Das liegt aber in 1, 2, 3. Ja, das habe ich genau natürlich nicht im Fokus. Aber das werde ich dann sicher müssen haben. Früher oder später. Wir nehmen jetzt erstmal das noch mit. Und bauen hier ein Sägenwerk. Und hier habe ich gesagt, du sollst warten. Weil je nachdem, was ich hier baue. Nämlich ein Eiffelturm. Ähm. Warte jetzt. Ja. Da dauert es noch 3 Runden bis ich den habe. Okay. Ah, wir sind auf dem Nahen. So geht es auch 3 Runden. 15. 49. Okay. Wir warten dann im Fall die 3 Runden noch ab. Bis wir den Eiffelturm haben. Und bauen. Ich glaube in Dundee. Wie viel Kultur hast du? 4. 10. Das ist aber nicht gerade viel. Äh. Oh. Da ist der 1 zu viel gewesen. Ich muss da schnell die Stadtliste haben. Äh. Wirtschaftsübersicht. Kultur. AeroGlow. AeroGlow. Wenn Dundee hat 4. 10. Eigentlich müsste ich die in AeroGlow machen. Oder ich. Äh. Warte schnell. Wenn Dundee das hat. Warte. 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 Ich kann es einfach noch. Große Musik hören. Große Musikwerke. Weißt du was. Ich mache das so und so. Und dann geben wir mal dem Broadway die Chance. Dass er in Dundee kann. Entstehen. AeroGlow wäre es sicher besser geeignet dafür. Ja. Eigentlich wäre AeroGlow wirklich besser geeignet dafür. Aber jetzt habe ich mich schon so entschieden. Dass das dann Dundee macht. Und probiert zu machen. Also lassen wir das dabei. So. Ähm. Einen Länder hat ein wenig Schaden bekommen. Äh. Da kommst du mal hier rüber. Da gibt es eigentlich nur noch das abzubauen. 1, 2, 3. Ah. Das gäbe es noch. Aber komm. Ich gehe mal hier. Die Edelsteige holen. Die sind sicher auch viel wert. Kann ich da schon? Aha. Dann mache ich aber da. Und für das wird mir da ein Missionar gelangen. Ähm. Wo ist er denn? Da. Gut. Wie viel habe ich noch? 1500. Das ist okay. Ähm. Ja. Du kommst da rüber. Und das Panzerschiff kommt mal da rüber. Da. Um ein wenig Macht zu demonstrieren. Und da verbreiten wir den Selfismus. Ah. Du bist gerade tot. Okay. Ja. Okay. In dem Fall. Ähm. AeroGlow macht eine Börse. Und Riga macht eine... Schmidi. Ich habe ja da zweimal Eisen, oder? Ja, ja. Mach du einen Schmidi. Das finde ich okay. So. Ah. Hm. Jetzt habe ich etwas vergessen, was ich eigentlich mal schauen wollte. Schmidi und Sitzel ist wiederить. Schmidi und Sitzel sind jetzt Verbündeten. Schmidi und Sitzel sind jetzt Verbündete. Schmidi und Sitzel haben dann Krieg erklärt. Schön. Oder eben nicht. Je nachdem. Friedensvertrag abgelaufen, Swingbra hat und ein goldiges Zeitalter, yeah, das ist gut, das ist gut, du tust da mal die Religion verbreiten und einfach, weil es mich jetzt wundernimmt, was in London gemacht wird, ein Ritter, was willst du mit dem Ritter, ja, ok, was wird eigentlich gerade in Bern gemacht, ein Archäologe, ok, genau, jetzt sollte ich hier schnell etwas schauen, komm, nein, das falsche, hier beim Tourismus, ähm, leck, das ist ein unglaubliches, 57132, und der hat 18000, wenn ich es jetzt umkehre, was steht bei mir, 45, also 12000 weniger, ok, also die Brasilianer hat er fast, die Aztekka hat er fast, die Kälte hat er noch fester, ähm, und, äh, ich bin ja die Schotte, und ich habe eigentlich gar nichts, yeah, kulturell ist der Schweizer doch einiges besser, äh, gut, dann machen wir uns doch mal dran, Museen zu bauen, ausser in Weddingwall, da würde ich sagen, machen wir ein Sponsorschiff, oh, oh, ich kann es wieder irgendwie mit dem Verklicken, gut, dort bleibst, dort bleibst, der grosse Musiker, Weddingwall hat ein super Haus, dann, weisst du was, dann tust du doch da schnell Brahms, ein Werk machen, und zwar die ungarischen Tänze, wo alle dazu tanzen, wie wild, ja, Friedensfrank, äh, beendet, beendet, ja, Zucker, Gold, ok, Umbasa, beendet, Quebec, beendet, Panama, beendet, Belgrad, Elisabeth, beendet, das goldige Zeitalter haben wir gesehen, ähm, das ist egal, das ist egal, das ist egal, der Missionar kommt mir da hin, und wir gehen in die nächste Runde, und das heisst, ich könnte dich doch wieder denunzieren, das sollte doch wieder gehen, dafür werdet ihr schon bald bezahlen, ich komme einfach immer eine Runde ins Boot, das ist doch zum Kotzen, also jetzt wirst du auch gerade denunziert, weil das, ah, schau jetzt da, hallo, der Eiveltung bringt zusätzlich Zufriedenheit und Kultur, auch plus 12 Tourismus, jetzt habe ich vielleicht den Schweizer ein bisschen eingeholt, also willst du dann zuerst mal da, äh, besprechen, äh, da Elisabeth denunzieren, tschüss, äh, den Frachter könnte ich schicken nach Sao Paulo, das machst du auch, dann du, du gehst mal da rüber, und du, wenn ich es wundere, dass das hier wieder ummodeln kann, irgendwie, zu irgendetwas sinnvollerem, du machst mir da eine Mine, du hast da den Glauben verbreitet, sehr gut, du bleibst, du kommst, da rüber, und ich mache wieder die gleiche Strategie, wie das letzte Mal, ich schiffe ganz viele Armeen da rüber, und du wieder so von zwei Seiten an greifen, dann machen wir da mal das Museum, dass wir das haben, und du tust da mal, ja, sicher nicht, hat das einfach nicht gelangt, echt nicht, ja, dann warten wir halt noch mal eine Runde, dann lernt es dann schon, ähm, äh, da sind wir Börsen anmachen, Museo, Broadway, und da mache ich das Seehafen, Biologie habe ich 7 Runden, ja, das ist gut, Gerevan, verlangt noch keinen Handelsweg, ich habe leider keinen mehr, hm, Bukaresa, Peter, den Klieg erklärt, ähm, und die, oh, jetzt hat das nicht gelangt, ich komme jetzt, wenn ich jetzt mache, ist dann ausgeglichen, oder was, immer noch nicht, ei, was läuft denn da überhaupt, ähm, da haben wir jetzt das verteilt, dann gehen wir auf Nothinghem, und tun da noch etwas blöd, äh, ich meine, ich mache da noch etwas so, den einzigen wahre und richtig Glauben verbreiten, äh, habe ich da den Seehofen schon? So, sieht so aus, ich sehe ihn aber nicht, muss jetzt erst den Lichtturm haben für das, also komm, macht den Lichtturm, äh, interessiert nicht, interessiert nicht, interessiert nicht, interessiert nicht, interessiert nicht, haben wir gesehen, Embargo gegen Brasilien, wer sagt so etwas, der Schweizer, okay, finde ich jetzt aber gar nicht cool, nein, da kann ich nichts mehr machen, okay, dann heisst da vorne, 1, 2, 3, aber da, gut, da haben wir die Fabrik, sehr gut, äh, ja, nehmen wir an, das ist okay, das ist okay, und weisst du was, bevor das Embargo überhaupt zu Stand kommt, tu ich doch noch etwas handeln rast, einfach, dass ich noch etwas gehandelt habe mit dem, äh, ja, das machen wir, das ist ja völlig okay, ist gut, die drei Eisen nehme ich gerne, ich bin voll scharf auf Eisen, bräuchte es zwar nicht mehr wirklich, aber, ähm, ist gleich, diese H ist immer gut, und wir haben wieder einen grossen Schriftsteller, jetzt könnte ich da gerade beide fertig machen, aber ich mache schön eins nach dem anderen, genau, ähm, wenn wir Hastings oder Co-Entry, komm, wir gehen richtig, Co-Entry, genau, du schreibst mir ein grosses Werk, Victor Hugo, es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, hm, Liebmiserhaben, so schön, ach, da kommen wir gerade in die Tränen, 1, 2, 3, 1, 2, das reicht eh nicht, das ist eh gut, du kommst mal da runter, weil ich muss dann da das Feld eh, ähm, reparieren, zuerst jetzt du da, ein Fregate, müsste mich das kümmern, äh, jetzt wird sich der Leuchtturm lohnen, glaube, wobei, wir haben da eh keinen, ah, ich habe da noch Pelz, hallo, wo sind denn da meine Bauarbeiter, weißt du, dann kannst du, ich kaufe mir einen Bauarbeiter, ähm, mach doch du ein Museum, das ist okay, aber da kaufen wir rasch einen Bautrupp, genau, weil ich will die Pelz dort haben, äh, Riga hat den Leuchtturm gemacht, das Arbeitsboot brauche ich nicht, ähm, mach doch schnell ein Kaserne, nächste Runde, Gibbons Isle, äh, super, da haben wir Börsen schon fertig, wieso kommt das auf Gibbons Isle und nicht auf Swingbra, Swingbra ist doch viel näher, äh, nicht unbedingt, 1, 2, oh, das reicht mir sogar, ich habe ja das sogar, 1, 2, 3, ich habe das sogar im Einflussgebiet von, von Gibbons Isle, okay, habe ich wieder mal nicht gecheckt, so, gut, dann machen wir den noch fertig, und du gehst da rüber, habe ich da noch irgendetwas, ja, dich habe ich da, kommst du mal da runter, und du gehst jetzt eben mal da, wieso kannst du nicht da rüber, du kannst doch da rüber, ich wollte sagen, dann haben wir da das nächste Panzerschiff, wo wir jetzt aber rüber schicken, und du machst da eine Handelspaste, genau, und wir produzieren in Swingbra, und wir haben hier einen F... gibt es den nicht gratis, wenn ich den, ah, nein, das war im Viering, im Fünfing gibt es den eben nicht mehr, dort ist das ein wenig anders, ähm, ich wäre für ein, für ein Panzerschiff, und da auch, machen wir auch ein Panzerschiff, und in Riga machen wir, ein Opernhaus, okay, und ich habe jetzt gerade schnell wieder etwas gehört, das heisst, ich muss die Aufnahme hier schnell unterbrechen, gut, da bin ich schon wieder, das ist eine ganz schnelle Runde gewesen, oder, das ist schon ganz schnell gegangen, ähm, ja, jetzt muss ich einfach schnell schauen, dass ich hier wieder reinkomme, ach komm, ich mache einfach schnell die Runde rein und schaue, was passiert, weil ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht dran, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, oder sieben, acht, und dann werden da wahrscheinlich noch mehrere hinten vorne kommen, ähm, aber, ich glaube, mit meinem Panzerschiff, werde ich doch können, hoffentlich, endlich einmal, äh, ein bisschen gegen wir, oh, da kommt nochmal einer vorne, okay, und da hat er nochmal eins drin, äh, gar nicht gut, gar nicht gut, was haben wir denn da, Blitzkrieg, Blitzkrieg, da, sehr schön, dann kannst du nämlich wieder da hoch, und heilen, und du gehst da hoch, ähm, du kommst mal da hier reparieren, und dann produzieren wir in Araglow ein, ein, ein Museum, nächste Runde, die, da haben wir auch gerade eins, da kommt die nächste Börse, den Funkturm, haben wir hier in vier Runden, ja, gut, in drei Runden sehen wir, wo das Öl hat, und dann muss ich mir gut überlegen, ich könnte jetzt eben wirklich, eigentlich landen, einmal so, in, in so gefassen, ui, da hat er noch einmal drei Schiffchen, du, ho, 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 okay, ähm, da hoch, machst du da eine Handelspaste, genau, dann produzieren wir in Aubain, würde ich mal sagen, ein Highlander, und in Aberdeen machen wir die für blöde Stallungen, hey, du willst mir immer die Stallungen antreien, für was, für das Einte da, Rössli, Schöfli und Kühe, und ich habe da nur Kühe, also weisst du, also, pff, ich brauche die nicht, aber den Hornspeicher brauche ich da mal, he, Edinburgh macht mir ein Sponserschiff, und, Rekomératé La Grande Cusille erfolgreich manipuliert, gut, wie vieles fällt es denn da noch, nur noch 30, ah, ein bisschen liegt die in der Zeitung mit 266, wow, okay, ähm, wenn wir dir ein Geschenk machen, so von, äh, wie viel brauche ich, 30, 35, dann kommt das doch nicht schlecht, oder, gibt mir nämlich dann noch ein Kulturmeer, und ich komme in drei Runden eine neue Sozialpolitik rüber, das ist doch gut, ähm, ups, okay, wenn wir Panama Stadt verbinden, das ist überraschend gesunken, dann haben wir da wieder irgendeinen Gegner, den ich jetzt aber nicht angreifen darf, weil ich sonst meinen Bautropf verliere, darum mache ich es nicht, dass Elisabeth gegen Teufuhr schmiedet, das können wir doch gerade wieder mitteilen, gut, und, gut, 13 Kultur pro Runde, ich hoffe, dass ich es schaffe, den Broadway noch zu bauen, in den vier Runden, äh, schau, da fehlt einfach immer ein Müh, aber wirklich, was sind das, wie viel fehlen, 770, ja, gut, schon noch 100 Punkte, hm, äh, blöd, okay, also tun wir schwer, äh, ah, uh, hallo, äh, du, dich brauche ich, dich würde killen, dich aber auch, also gehst du da hinten, du hast das repariert, dann kannst doch du da wieder retour, äh, da haben wir das neues Panzerschiff, wo mal da vorne kommt, äh, du bliebst, oh, nein, nicht G, F, G ist in dem Fall das, ah, habe ich auch nicht gewusst, gut, gehen wir da mal ein bisschen rüber und produzieren in Wettingwall jetzt mal das Museum, dass ich in Riga kann, mal ein Panzerschiff bauen, nein, bauen wir zuerst die Waffenkammeren, und, ah, Abgeordnete einsetzen, Embargo Brasilien, hm, ja, will ich nicht, da haben wir 5, vielleicht ich schaffe es ja noch da, ja, aber das wird wahrscheinlich durchkommen, schätze jetzt mal, hm, jetzt haben wir die Biologie, eben, wie viel fehlt, ja, knapp 100 fehlen, hm, äh, nicht so schnell, nicht so schnell, und da geht es immer noch 3 Runden, 2, 4, 5, 9, in Liverpool, 9, ah, okay, sehr schön, gut, äh, nein, nein, du greifst da an, das ist okay, die 16 Gold nehmen wir mit, du bleibst da, du gehst da hoch, oh, da haben wir ja einen Frachter von mir, schön, der Bautrupp, ist ein bisschen unnütz da, und dann produzieren wir in Aberdeen ein Aquadukt. Wir wählen eine neue Forschung aus, und zwar gehen wir jetzt Richtung Luftfahrt. Dann können wir die Prora bauen, also die können wir nicht bauen, weil wir die Autokratie nicht haben. Ich würde eigentlich gerne neue Schwanstein haben. Gehen wir Richtung... Ah, U-Boot wäre vielleicht auch noch stark gegen... Ja, wir machen U-Boot. Oder kann ich das schon entwickeln? Nein, komm, wir gehen auf U-Boot. Schliessen, äh... Wurde nicht verabschiedet, sehr schön. Wer hätte ja auch gestimmt, die Schweizer und Kelten, okay. Dann wurde nicht verabschiedet, schade. Da hat es zu viel Nein. Dann haben wir zweimal Öl, eine ist da, sehr gut. Und... Einmal wohnen... Im Wasser. Da... Wo ich leider nicht sehe. Das ist irgendwie ein grafischer... Fehler, den ich da habe. Okay, das ist irgendwie... Schattenstellen, okay. Macht nichts, macht nichts. Wir schauen einfach mal rein. Wie sieht es denn aus in Bern? Du machst einen Lancier. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Gehen wir in die nächste Runde. Unser Vollstuhl, wenn das Väter aufkommt. Eure Abgeordneten. Ja, weisst du was? Das stimmt gar nicht. Das war nicht wegen mir im Fall. Die Elisabeth ist da... Das ist da so die, die... Blut tut. So, 80 machen wir glauben. Das heisst 600 kostet mir, glaube ich... Ähm... Ein Missionar. Ähm... Welchen greifen wir an? Ja, dich. Und der Broadway kommt da. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir da wieder... Auf den normalen... Nein! Geht das echt jetzt nicht. Also gut, dann lassen wir es. Aber du kannst... Zweimal angreifen. Dann mach doch gerade beide auf eine fertig. Jawohl. Und du kommst mal da hin. Dann haben wir da nochmal ein Panzerschiff, das wir hier hoch schicken. Äh... Hier rüber. Da haben wir den Bautrupp, den wir hier hin schicken zum Bohren. Das Panzerschiff bleibt. Und wir machen in Swimmingbra. Ein Krankenhaus. Und in Araglow. Ein Highlander. Und in Gibbons Isle. Ein Museum. Und in Glasgow. Ein Leuchtturm. Ah, ich bin noch nicht fertig. Weil in Riga gibt es noch eine Börse. Und dann führen wir eine Politik ein. Ein grosser Künstler. Ein grosser Künstler. 15%. Ein grosser Schriftsteller Künstler. Okay. Dann schauen wir aber mal schnell, was wir hier noch haben. Fremdlich gesinnt. Ähm... Gut, irgendetwas muss ich ja eh nehmen. Sozialistischer Realismus. Patriotischer Krieg. Komm, das machen wir. Können wir irgendwie immer mal brauchen. Denn den haben wir jetzt... Ja, erledigt. Montezuma. Komm. Geben wir den Aura verpatsen. Jawohl. Zurück. Ah, und... Ich habe eigentlich irgendetwas, wo andere Leute interessiert. Der macht minus 78. Du machst minus 36. Du machst minus 226. Du machst minus 28. Aber du hast verdammt viel. Du machst 225 minus. Und du machst 470 minus. Also... Ähm... Bismarck. Du hast Kupfer. Was nun? Wenn wir das duschen. Was hast du gesagt? Schön. Okay. Ähm... Mit dir handel ich nicht. Du hättest Silber. Du hättest Öl und Silber. Du hättest sonst eigentlich gar nichts. Du hättest einfach gar nichts. Gut. Ähm... Okay. Jetzt muss ich schnell überlegen. Was braucht es denn noch? Nein, ich glaube es braucht nichts mehr. Ich würde sagen... Hallo? Ah, okay. Ich würde sagen, wir beenden diese Session damit. Und sorry für den Unterbruch. Aber ich finde es schön, dass du dabei warst. Und danke vielmals fürs Zuschauen. Ich bin mich selber. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Du kannst du auch auf der那en Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017